Ich habe ein ungutes Gefühl, Sam. Für jeden von uns geht irgendwann mal der Ofen aus, Engelchen. Eine Leiche zum Dessert. Ein kleiner, düsterer Mann, der genau aussieht wie Truman kaputt, bereitet ein teuflisches Wochenende vor. Mit den größten Detektiven der Welt. Sidney Wong. Weißt du, wie das hier aussieht, Pa? Das ist ein perfekter Platz für einen Mord. Konversationen wie Politik im Fernsehen, viel bla bla und viel zu nichts. Dick und Dora Charleston. Doch würdest du, Marlon, bitte ein bisschen weiterführen? In diesem Nebel könnte er meine Beine für einen Baumstamm halten. Sam Diamond. Na, da haben wir uns ja einen sehr exotischen Vogel angelacht. Sonst noch irgendwas? Er hat keine kleinen Finger. Keine kleinen Finger? Heißt das, er besitzt nur acht Röffel? Nein, er besitzt schon alle zehn. Nur hat er keine kleinen Finger. Sie werden Zeuge sein, wie die Gäste hoffnungslos in einem geheimnisvollen alten Schloss festsitzen, wo ein teuflisch geniales Verbrechen stattfinden soll. Hinzufügen möchte ich noch, dass sich das Opfer hier bereits am Tisch befindet, Mr. Diamond. Und selbstverständlich nicht nur das Opfer, sondern auch der Mörder. Blödeste Theorie, die ich je gehört. Einer von uns ist ein wahnsinniger Killer, dem man nicht trauen kann. Hoffentlich funktioniert die Bremse an diesem Ding. Auf dem Rückweg zur Küche... Wer steht denn hier? ...trifft der blinde Butler auf die taubstumme Köchin. Oh, Sie werden die neue Köchin sein, nehme ich an. Was ist mit dem Butler passiert? Die Köchin! Wo ist die Köchin? Zwei Minuten vor Mitternacht. Das sind Schüsse, Monsieur. Das sind Schüsse, Pa. Tschüsse, Sam. Das sind Schüsse, Dickie. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Mir gefällt, verstehe leider Sinn nicht. Ich verstehe, das kann nur eins bedeuten. Aber ich weiß es nicht. Es bedeutet... Sind diese fünf Supergehirne... ...einer Leiche zum Dessert gewachsen? Eileen Brennan. Truman Capote. James Coco. Was ist passiert? Peter Falk. Alec Guinness. Elsa Lancaster. Der Mörder ist... David Niven. Peter Sellers. Maggie Smith. Nancy Walker. Estelle Winwood. Hey, sie ist... Und Wauwau Myron. Ist der, den man verdächtigt, tatsächlich der Täter? Eine Leiche zum Dessert. So ein sehr spannendes Wochenende. Sie ist jetzt bereit. Sie sind ein sol. Sie sind ein sehr spannendes Wochenende. Das war's.